Wie bin ich denn hier hergekommen? Normalerweise schlafe ich doch immer da oben. Ja, hat hoffentlich nichts mit mir gemacht. So, dann... Oh Gott, mein Schwert ist ja auch fast kaputt. Was mache ich jetzt? Ach, so ein Ding werde ich mal beid... Ich muss untersuchen, für was das ist. Das wurde mir noch nicht gesagt. Oh Gott, warum habe ich so viel Zeug? Den Eimer brauche ich erst einmal nicht. Aber mein Backpack nehme ich dafür mit. Ja, der ist leer. Ja, ein bisschen Essen kann man immer mitnehmen. Davon haben wir nur eins. Davon haben wir nur eins. Davon und davon. Und davon. Und davon. Ja, den Rest haben wir uns schon irgendwie besorgen. Apropos. Wenn wir gerade davon reden, könnte ich ja mal was essen. Ja, wie man sieht, der Herr Ramon hat mir endlich mein Glas gegeben. Jetzt muss ich mir doch noch was einpacken. Das sieht interessant aus. Ich muss mir wohl bald mal wieder was bei Fräulein Sissi kaufen. Ich würde gerne spezielle Sachen haben. Welche? Zwei Mal so Tische, wo man Sachen dran bauen kann, wenn das geht. Also so Werkbänke, zwei Stück. Okay, die normalen oder die mit den Füßen? Äh, die normalen. Okay. Und dann Stapelkisten. Müsste ich gucken, ob ich so viel Holz gerade vorrätig habe. Okay. Äh, ja. Was würden Sie dafür bekommen? Äh, muss ich gucken, was das an Material kostet. Okay. Äh, ins Haus kommen Sie mir aber bitte nicht. Sie wissen ganz genau warum. Okay, ich warte draußen. Äh, dieser dämliche Wärwulf. Irgendwann werde ich dich niedermetzeln. Äh, die haben wir noch. Ich glaube, hieraus kriege ich keinen Stapel Kisten zusammen. Ach Gott, der hat Vorstellung. Wie soll ich an so viele Kisten kommen? Kann man aus dem hier zufälligerweise welche machen? Oh, cool. Das geht ja auch. Äh, einen ganzen Stapel will der Wärwulf. Warum will der da drinnen Menschen vergraben? Äh. Ich mache gleich mal ein paar mehr, da kann ich welche draußen verkaufen. Äh, geht mal, weil er leider passt auf mich auf. Äh, das sind vier, das sind vier, das sind vier, vierundsechzig, äh, vier, acht, sechs. Mach das zweiunddreißig, ähm, der Stapel Kisten plus die zwei, äh, Crafting Tische machen. Zweiunddreißig Iron Coins. Dann müsste ich noch kurz welche holen. Äh. Wenn Sie wollen, können Sie ja ruhig mitkommen. Ja, okay. Da. Bitteschön. Danke. So kann man den Wolf allerdings auch ausnehmen. Jetzt habe ich wieder genug Geld, jetzt kann ich mir Essen kaufen. Warum? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Muss erst mal reichen. Ach so, ja, die Baumplantage muss ja auch noch entstehen. Oh, gucken, verkauft der Herr Ramond zufälligerweise Silberschwerter? Nein. Hat er hier vielleicht noch eins vorrätig oder ein Eisenschwert? Mist. Oh, hat er hier noch was drinne? Nein. Mist. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle und gute Schwert her? Meins ist ja fast kaputt. Ähm, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir können ja mal gucken. Frische Beute. Ne, angeln tue ich jetzt nicht. Hungersnot. Die 16 Teile habe ich ja bei mir in der Kiste. Ich brauche noch 8 Brot. Fräulein Sissi. Haben sie zufällig was? Hier genauso. Mich sieht keiner. Oh, ja, die viel essen. Und, oh, sehr mutig das Geld so rumliegen zu lassen. Also, ich, oh, Gott, so viele Kirschen. Ähm, da ist das Leder. Dreck. Dreck. Seit wann hebt man Dreck in der Kiste? Aber die hat auch kein Brot. Mist. Ich wollte dem Dude eigentlich helfen. Was? Was? Warum macht er sein Flugding kaputt? Hey, wollt ihr raus? Haha. So. Ich habe euch von eurem Leid erlöst. Das genau. Ich wollte doch hier der Fräulein Sissi, äh, Tiere herbringen. Da war doch was. Wie machen wir das am besten? Der traut sich auch nicht, irgendwas zu machen. Nachdem die ganzen Hunter hier sind. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Was ist mit euch los? Hier, guck. Raus. Für uns, ey. Hier sind genügend Hunter. Die könnten den alle kaputt machen. So. Und das war... Ich brauche davon acht Stück. Kostet eine... Eins. Ne, einen halben eigentlich. Moment. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Nach welchem Preis gehe ich denn jetzt? Ich kriege hier 64 raus. Ich gehe nach dem Preis. Da sind das... Stimmt schon so. Wird schon irgendwie stimmen. Und wenn nicht, dann... Egal. Die müssen es ja nicht kaufen. Gießt. Mann, ey. Dass ihr euch immer so fett machen müsst. Oh, schau. Ach hier. Das Fleisch für Fräulein Sissi. Und dieses komische Fett. Das brauche ich. Das brauche ich, das brauche ich und das brauche ich. Und wo habe ich denn dieses Teil? Da haben wir es. Oh, stopp mal. Ich brauche noch so eine Tür. Oh Gott. Ob das reichen wird, was ich hier habe? Hoffentlich. Ja. Es hat gereicht. Boah. Boah, ey. Euer Schutz in allen Ehren. Aber ich habe das letzte Mal fünf Wehrwölfe getötet. Ihr kein. Mann, Mann, Mann. Äh, die Nüsse erstmal essen. Das Vorlein Sissi kriegt jetzt Tiere. Wo setzt man ihr die hin? Einfach hier. Äh. Ich hoffe, das macht dem Fräulein nichts aus. Und wenn doch, muss er sich beim Wehrwolf beschweren gehen. Hehe. Boah, schreckt mich nicht so, du Arsch. Boah, schreckt mich nicht so, du Arsch. Da war mein Schwert kaputt. Ich geh ins Leicht. Cool. Mit der Axt kann man auch machen. Äh, Shit. Monster töten. Ich geh ins Leicht. Ich bin aber auf der Suche nach Tieren. Äh, die waren, ich glaube, da hinten. Du Scheiß-Werwölf. Komm her. Du feige Stück. Ja. Du feige Stück. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? So tötet man Wehrwölfe. Ich bin's halt. Aber das hat mich auch ganz schön mitgenommen gerade. Nicht, dass ich schon zu alt bin für den Beruf. Aber jetzt weiß ich, für was die gut ist. Über euch taucht nichts auf. Gut. Ihr seid keine Wehrwölfe. Äh, jetzt hab ich wieder so viel Zeug hier drin, was ich gar nicht brauche. Hier, das könnt ihr haben. Äh, so. Der Schilder hab ich noch. Ach, war das ein Erfolg. Ich hör so'n Vieh. Ich hör so'n Mistvieh. Ich hör so'n Mist. Scheiße! Warum bekämpft ihr euch gegenseitig? Seid ihr dumm? So macht man das. Ha! Nach dem Erfolg gönne ich mir jetzt erstmal ein warmes Getränk und werde mich erstmal schön aufs Ohr hauen. So und die Kugel bleibe ich ab sofort immer bei mir. So. Jetzt erstmal eine Runde schlafen gehen. Rockstar, dance until I drop. My love is just honey, my home is the club. Must exist to dance, your party never...